UNTERTITELUNG Gott hat die Tiere den Menschen untergeordnet. Das ist die Ordnung der Welt. Und was soll ich jetzt tun? Ich bin hier, um einen Mord anzuzeigen. Ein junges Wildschwein ist umgebracht worden. Sie haben sie ja wohl nicht mehr alle. Aber das scheint niemanden zu kümmern. Holocaust. Was ist das da? Sieh mal, das sieht seltsam aus. Das ist der Polizeichef. Verdammte Scheiße. Haben Sie am Tatort etwas Verdächtiges gesehen? Spuren. Von Rehn. Frau Duscheiko. Wieso wehren Sie sich gegen diesen Gedanken? Was ist so abwegig daran? Sie haben gejagt. Die Geschichte kennt viele Fälle, in denen Verbrechen von Tieren verübt wurden. Sie haben gebeten. Sie haben gebeten. Und die König der Welt. Ich muss darauf anziehen. Das könnte suddenly alles funktionieren. Es beginnt ein neuer Zyklus und die Realität wird wiedergeboren.